Das kann ja wohl nicht angehen, dass jetzt hier die Kameras angehen. Ich kann den Sand nicht blutig sehen. Ta-da, Bitch! Hallo meine Bäumchen, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo Bäumchen! Herzlich willkommen auf der Gamesquam! Das ist der Brammen. Panne! Das war nix. Ich hab so, ich bin kurzsichtig. Und was erwartest du von der Gamesquam? Ähm, da sich richtig viele Spiele werden sehen... Bläh, 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 bläh. Da sich richtig viele Spiele sehen werde... dass Sander viel Spaß hat. Und dass wir auch alle Spaß haben. Dass wir jetzt hier die Rollstabine nach oben fahren. Der Scheiße geht weiter nach unten vor der Schipp. Und, äh, ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Kiekse! Kiekse! In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit... Ja, klatschen! Ja, klatschen! Eine Wiege ist sehr bekannt. Sie war ganz klein und ziemlich breit. Ja, klatschen! Ja, klatschen! Ja, klatschen! Musik Mein Name ist Poki von Dedelec Entertainment Wir machen heute ein bisschen Musik Ich sehe, du brauchst etwas Trost ein Du hast dir das Knie aufgekratzt Wahrscheinlich hast du dich gestoßen Na, wer wird denn gleich weinen, Mann, Schatz Denn in entscheidenden Momenten Hab ich immer Nadel und Faden dabei Das Sperm wird lacht an Das wächst wieder zusammen Es lässt sich alles nähen Schon so gut wie geschehen Also reiß dich zusammen Realistisch gesehen Sind es doch nur ein paar Schlamm Ich muss ja nicht mit dir filmen Ich muss ja nicht mit dir filmen Ich muss gar nicht drauf sein Das kann ja wohl nicht angehen Dass jetzt hier die Kameras angehen Ich fand übrigens deine Oh Gott Wir gehen jetzt nach Hause Bei mir reimt sich nix Ich will jetzt was essen Und dann Kannst du nicht auch mal was rappen? Wie war denn das für dich war? Sehr anstrengend Sehr geil Ah, läuft Ich will ein Schnitzel Ich will ein Schnitzel Ich will ein Schnitzel Und Das schmied Schnitzel Uah Schnitzel Ups Achtung 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 Jetzt haut dich auf hier Hallo Bäumchen Hallo meine Bollen Hallo meine Bollen Hier sag ich jetzt alle meine Bollenchen Wie bitte? Genau War geil oder? War mega Ich hab die ganze Zeit gearbeitet Ich hab keine Ahnung was war Es war geil man Es ist so warm hier draus Guck mal da unten steht ne Ritscher Ne Ritscher? Oh du kannst jetzt mit der Ritscher Da hinten fahren Wo ich hin möchte Danke Ja genau Einfach mal random guys Irgendwie winken Obwohl die dich gar nicht kennen Damit du richtig wichtig bist Die haben mich angelehnt Hallo meine Bollenchen Die haben mich angelächelt Hallo meine Bollen Hallo meine Bollen Hallo So ich muss jetzt mein Handy holen Trolle? Geister Geister